ähm, na? Der Rafi? Bei ARCOP, oder? ARCOP ist bei Genie Point, genau. Äh, LOL. Okay, muss ich klippen. Ähm, kennt ihr schon das neue FS9-Steuer? Also, wer das noch nicht hat, ne? Der braucht's auf jeden Fall. Jetzt in ihrem Crusader Zubehörmarkt und die neue FS9-Steuerknübel-Konfiguration. Genau. Oh, durch die Scheibe rausgeschossen. Gibt's das auch von Virpl? Ne, ich glaube leider nicht. Ähm, die Sache ist, wenn ihr hier den Abzug drückt, habt ihr einen Nachteil. Ihr habt ein bisschen Druckverlust in eurer Kabine. Aber sonst ist alles gut. Halt. Okay. Du musst die positive Vorthalle hervorheben. Die positive Vorthalle? Ja. Das sieht auf jeden Fall... Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Das sieht schon... Ja, aber das soll ja später nicht mehr so sein, dass du im Moment hinfliegst. Untertitelung des ZDF, 2020